So, Folge 5. Ich hab mir jetzt immer jemanden Psi-Begabten dabei. Ja, danke schön, carry on. Ist die Freund. Ever since mankind first looked up at the stars, we have wondered what lies beyond. So very few have dared to look in there. The depths of the human mind hold more secrets than we can possibly imagine. How ironic that the means to defeat our enemy comes not through weapons or machines of war, but from the scene. And if we have succeeded, we will have gained a glimpse of what we are to become. We will have created something extraordinary. Gubi. Gubi ist giftet, natürlich. Wer sonst? Ich kann ja mal hier die dahin packen, weil die sind ja aus diesem Dingens gekommen, wo ich die gebogen hab. Gubi ist natürlich giftet. So, Launch Satellite, wie hab ich denn noch? Eine Wailable. Launch Satellite. Launch Satellite. Launch Satellite. Launch Satellite. Den hab ich jetzt noch nicht. Ich will nicht auf einen Support verzichten. Colner Watson, ich spiele mal an. Sehr gut. Wir werden in Kontakt, Commander. Satellite coverage now available over Russia. Fällt mir ein, ich muss doch... Wir haben nicht eine ethische Obligation, um die Soldaten für die Veränderungen, permanenten Veränderungen, die wir haben. Satellite nexus, in Instruction. Und gleichzeitig... Galopp, come on. Das brauch ich denk ich nicht. Wenn ich den jetzt benutze, würde ich das dann doch mal aufforschen. Improved pistols. Improved aim, mit pistols. Scan for activity. Carry on. Commander. Unser Satellite ist präbt und stand bei für Launch. Wir sind bereit, es zu deployen, auf Ihre Orden. Kriegsherst von South Africa. Vier Ghost-Grenades. 1.300 geben die mir dafür. Kostet mich nicht, der Ghost-Grenade. 116. Ich brauche drei davon. Ich brauche drei davon. Schiesserst von 높igen. Woohoo, Flight-Computer. We've been at it for days now, and all I can think about is my work. So, engineer and build by items, ghost grenades, manufacturer... 3 brauchen die. Restration, pending requests. Ah, die brauchen 4. Top. Top, top, top. Engineer and build by items. Ohh. Oh. Ich trottel. Da hab ich Dreck-Aus-Cronades übrig. You're the results. Die sind beide Gifte, die ich da genommen hab. Wer hättest gedacht? Die wird auch Gifted sein. Ist hier noch so eine Tossi da? Xenia... Annette... ...müsste es sein. Die müssten alle Gifted sein. Carry on. Emma Watson ist Gifted. Das ist nice. Okay. The food is feasted. You are the best. Und war mir irgendwie klar, dass die alle giftet sind. Das sind die, die ich mal rausgeholt habe aus den Einsätzen. Oder so um das Psi ging. Oh, Terroristen. Psi Abilities. Mindfrey. Use the combat to unlock further to see training. Causes the target to lose grip on reality. When just aim with ability and doing five base damage. Body humans immune. Last three turns, one turn cooldown. Okay. Ich bin die Wetts hier. Loadout. Freak grenade. Ne, lass mal Ghost donate mitnehmen mit dem. Edit unit. Loadout. Edit unit. Loadout. Was mei, was passiert denn? Hm? Naja, ich will sie nicht. Werner haben sowieso. Loadout. Ehengranate? Naja, Ghost donate. Da bringen wir eine Ehrengranate mit. Da bringen wir eine Ehrengranate mit. Den Ghostgranate. Oh, er kann ja nichts weiter machen. Big Daddy. Ich könnte aber den Helm ändern. Was sieht da drin? Oh. Das hier ist ja geil. Ich hab jetzt grad bei den anderen nicht gesehen. Was das so davor gebaut ist. So, bei dem sind wir es einfach nicht. Ich denke, ich gebe den bei dem hier. Launch mischen. Ich hab einen Angriff mal wieder. Und dann kommt wieder diese blöde Mist. Die da von riesen Pots auf mich zu. Strike one. Prepare for landing. Unsold. The next deployment site is in the UK. We're picking up civilian comm traffic. Indicating alien activity spreading. Das ist doch wieder dieser Hafen-Stadt dort. Hm. Ich bin nicht miese, warn euch begeistert von. Solid copy, Big Sky. Strike one has been given the green light. Your highest priority is to protect those civilians. Look at all. My highest priority has to do with civilians. The priority is to let my many people die nicht sterben to let them die. Kannst du auf irgendetwas scrabbeln? Hier sind sogar Leute oben, what the heck? Wieso sind hier oben Leute? Wieso sind hier aufs Dach geklettert? Das ergibt für mich wenig Sinn. Egal. Wie ist es mir? Egal. Vollkombust. Klar, wir fliegen mit Schrauber drüber. Nie wirklich, oder? Oh. Kommt hier gleich mal alles auf einmal. Auf einmal. Aim. Herrlich. Natürlich habe ich ihn jetzt so platziert, dass er nicht mehr wirken kann. Auf den Weg. Ich bin auf dem Weg. 78 kommen noch im Weg. Die Shredder Rocket hätte ich hier gerne mal. Wird mal da rundherum Shredder. Was wird der denn von mir? Oh. Okay. In Position. Der gerade wieder die... Normale... Nicht die Pistole in der Hand gehabt, sondern die falsche Waffe in der Hand gehabt. Ich könnte jetzt... Mal einsetzen. Mindfrey failed. Schade. Ich weiß nicht genau wie viel Schaden ich dem mache. Mute im Nahkampf zerlegt. Oh oh. Ey meine Deckung. Bödes Vieh. Und wir ballern nochmal. Wir brauchen zweimal ballern. Wir verfehlt ja alles. So. Jetzt kommt Reaction Shot. Eigentlich sollte ich mich verwege. Sterbende Kunde gerade da oben. Das ist ein bisschen unklau muss ich ehrlich sagen. Hm. Werden wir jetzt einen Reaction Shot ziehen. Wahrscheinlich am ehesten auf meinen Big Daddy würde ich sagen. Das ist halt wie man Reaction Shot macht. Also wie wir es miesen im Feld. Nein. Ich will gerne mal jetzt wieder mit meiner Richtlinie verschießen. Dankeschön. Critical Strike bitte. Jawohl. Jawohl. Unter 10. Ich gehst auf den. Okay. Das ist voll kein Ordnung. Oh shit. Und er soll mal den bitte wegmachen. Strophist. Oh. Wollte ja viel mit einem. Wir haben viel. Nie so gedacht gewesen. Hätt dann doch gern die Leute. Wir haben jetzt nur Schaden und tötet ihn zumindest. Sorry. War keine Absicht. Hehehe. Mist. Ronny so weit vorne auch wenn ich da eh nix kurz nicht ausrichten kann. Die kann ich in Sicherheit bringen. Ach wie viel hier kann ich denn so in Klammer hier auffliegen. Schade. Hier kann ich euch auch direkt nachladen. Das wäre eh nix, das ist hier so ein Völk im Hupe. Perfekt. Jetzt haben wir schon ordentlich Damage gemacht. Gut. Nein. Komm! Uuuuh. Bloß da hin und dann weiter. Vier. Oh shit. Immer mehr Gegner, bitte. Nicht genug. Perfekt. Oh, der blöde Berserker. Na herrlich. Darf ich jetzt noch zuschlagen? Oh fuck, ich darf noch zuschlagen. Au. Au. Aua. Sinnlos. Sinnlos. Zivilisten töten. Au. Wie, wir sehen nichts davon. Au. Au. Verstand. Unterleg. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Weg bitte. Oh weh, wer bleibt das denn mit MHP? Das ist nicht ein... Ooooooh. Blöde Mist für sie. Okay. 50%. Mhm. Und daneben. Rebound meine Nutri für so gar nichts. Okay. 64% zu. 100%, sehr gut. Glast. Oh, wieder Collateral Damage. Oh Gott. Absolut Bullshit. Ich mach' immer Fehler. Hey, ich denke mal, wenn die Actioncam losgeht, dass er noch von meinen Leuten stirbt. Da wartet einfach nur aus Langeweile irgendwelche Typen nieder. 95%. Sieht voll so aus. Nachdem er wieder weg ist, dass er noch weiter so sinnlos irgendwelche Leute abballert. Was kommt davon? Was kommt davon aus? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich habe alles über die Zahlen gemacht. Ah, geht noch. Hätte doch mehr retten können, wenn dann hier innerhalb von drei Runden lang sinnlos irgendwelche Civilisten zerballert. Das ist irgendwie komisch gewesen. Wenn alle unsere Missionen so gut gehen, dann stehen die Aliens nicht auf die Chance. Das Spiel ist mit 10.50 Hälften. Exekution. Aim penalty on reaction shots. Confirm. Panic is decreased across Europe. Ja, ich würde sagen, das war's für heute. Oder für jetzt. Danke schön fürs Zuschauen und bis bald.